Ok, Servus! Servus. Also, hab grad das gegessen. So, welche Waffe wollen wir benutzen? Halbert, weißt du's? Ich würde denken, dass ich, äh, Kraut anspannen. Äh... Aber du brauchst eigentlich die Verteilung, die ich dann nicht reale. Ja, warte, dann... Soll ich... Läh! Läh! Nein! Unläh! Unläh! Nein, wir nehmen, ähm... Äh, ich nehme... Ausmaß. Irgendwie ist es völlig scheiße. Ja, wir haben häufig Schaden, aber irgendwie stirbst du nicht. Irgendwie stirbst du nicht. Schade. Ich hab grad vorhin ein paar Tals gemacht, deswegen hab ich nur noch zwei Mega-Tränke. Eigentlich ist es eigentlich... Ja, die Schaden rennt sich da wegen... Das, was ich immer noch kaufen wollte. Ja, das wohlt so, das Teil. Yeah, yeah. Ja, jetzt muss ich jetzt zurückgehen. Ja, ein Ding, das Handwerk machen. Äh, nein. Äh, oder... Nein. Nein, 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 nein. Was benutzt du mit einer Gruppe? Haha, Fretze. Die ist geil. Ja, klar. Aber die sind auch... Ja, egal, aber die ist geil. Warte. Zieht euch... Zieht euch mal diese Fake... Zieht euch mal diese Fake- Zieht euch mal diese Fake-Katrad. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Ja, dich mal nicht. Hahaha. Ja, wer ist denn mit dein hässliches Spass dann? Eigentlich ja gar nicht. Ja. Nein, der ist voller Frauen-Schwar. Ja, klar. Vor allem bei Witschis. Haha, klar. Ja, okay, also. Ja, machen wir uns die Quelle. Let's go. Das ist ein Typ voll zu laut. Ja. So, wo ist die Quelle? Äh, wo ist die denn? Schon lange nicht mehr gemacht, diese Dorfchefscheiße. Manchmal ist es mal rein, nein. Nein, das kommt doch nicht hin. Pst. Warte, äh. Ja, nein. Ähm. Irgendwie finde ich die Quelle ist grad nicht. Ich würde es in Red to one-type Speed-Kill. Ja, äh, ich finde es auch nicht. Ja, äh, ich finde es auch nicht. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Wo ist die Quelle? Bei welcher Höhe ist die denn, die Quelle? Ich glaube, die ist gar nicht. Ich glaube, das ist der letzte oder so. Ich glaube, die gibt es gar nicht so mal. Du Huber, Mensch. Ich bin da schon. Ich bin einfach rosa, das geht doch so schnell. Ah, da. Rat-Rataulos und rataulos machen einfach beides. Nee, es ist doch zu erwähnen. Wir müssen sie finden. Wir machen doch alles rosa-rateien. Ah, wir machen rosa-rateien, das ist. Rataulos sind die Hände. Rataulos sind wie so. Die rataulos so, wie alles gut von da weggemacht hat. Ok also Let's go Was geht's jetzt? Ja mit Ausmaß Hehehe Ok gleich am Anfang Eigentlich wollte ich diesen Sachen hier gar nicht kurz mal Wird sowas nicht Ich hab mir das Konzerteil mit der Ausmaß gemacht Und ich hab mir den Bonnestück mit Kautauftrag Ja ich weiß irgendwie irgendwie schon komisch aber ich weiß auch nicht so Ich hab's auch nicht Mega Dämon mit im Tisch Aber das muss überhaupt die Randziege 300 Wännern erkennt Ja Jetzt nicht Also das ist voll aufgeregt Und das ist voll aufgeregt Das ist voll aufgeregt Das ist voll aufgeregt Das ist voll aufgeregt Okay also Das war grad meine Schwester Ja Ja Also ich fahr mal da vorne steht Das ist ja immer da in diesem Dreiergebiet Egal Ja Ja siehsch es fliegt schon hoch Ah Der wusste erstmal wie er scheiß es bleibt in dem Gebiet aber es macht krumm Ah Es will mich töten Ja 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 Boah scheiß ich bin gar nicht mehr eingezogen Ja 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 Geist Ja Ja Auch Ja 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 Ich hab's ja immer Ja ich hab okay ich wollte gerade es hat nicht ich hab ich hab's gerade ich hab's gerade verwirrt und die Katze hat mich gesprengt typisch Monster Hunter Scheiße was also für die die es nicht wissen ich telefoniere gerade mit Albert das nicht ich kann uns nicht zuschauen ich hab einen Hammer auf der 3 aufhören oder was ich schon verwirrt ich hab einen jahrelang ich hab einen Ruhigschlag ich hab einen Ruhigschlag ich hab einen Ruhigschlag ich hab einen Ruhigschlag gar nichts wird hier ich hab einen Ruhigschlag voll ich hab einen Ruhigschlag 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 ja 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 ich hab einen Ruhigschlag ja 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 ich hab einen Ruhigschlag ja 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 also also bis zum nächsten ein Vied.